Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Ace of Spades. Und ja, heute sind wir auf einem französischen Zimmer. Wir spielen Captain the Flag und es darf jetzt hoffentlich bald mal losgehen. Die Map muss leider noch ein bisschen laden, aber es wird sich hoffentlich gleich wieder ändern. Ja, jetzt kommt die Map. Ich bin ein bisschen blau. Ich nehme die SMG und es geht offenbar gleich los. Also ja, ich muss in... Zum... Hä? Komm, es ist grün, die ist ja hier schon in der Nähe. Das ist ja komisch. Das war mein Kill. Das ist cool. Und ja... Ich glaube, da müssen wir rein, genau. Und mich hat dann ja gekillt, was ich gar nicht gesehen habe, aber naja. Vielleicht für mich nicht online. Also im grünen Team sind wir mehr als im blauen. Naja, vielleicht habe ich dann mehr Chancen, einen besseren Platz zu holen. Warum bin ich jetzt hier gespawnt, ey? Die Map ist eigentlich viel größer, aber warum wird man dann hier gespawnt? Ich glaube, ich habe Angst, dass er ja auch... Ja genau, dass er auf mich schießt, genau. Das habe ich gemeint. Jetzt kommen die beide da rein und schießen den Typ da drin wahrscheinlich auch mal wieder ab. Bin ich jetzt wieder mal dran? Ja, ich bin gespawnt. Bei mir in der eigenen Base mal, muss ich sagen. Das ist ganz selten. So. Ja, da sind hier nicht viele On-Narill-On. Alles klar. Jetzt wird unser Team wieder ein bisschen voller. Das finde ich doch echt schön. So, da hinten sind keine. Da sind hier irgendwelche. Ich glaube, ich kenne die Map schon in anderer Art. Also die bin ich schon aufgebaut, aber das Grundprinzip ist gleich, aber sonst ist er ein grüner. So. Das war ein Kill. Und da oben war auch einer. Die habe ich zwar irgendwie nicht gesehen, aber ich sehe die alle nicht immer. Nicht so schlimm. Oh. Das war, glaube ich, eben gerade nicht so gut, aber ja. Ich glaube, ich töte mich mal schnell. Also, so kann ich ja nicht weiterkämpfen. So, ich bin tot. Das ist noch 10 Sekunden. Rüß, braunen. Na komm. Dann. So, jetzt geht es zu den grünen. Angriff. Angriff, Angriff. Wo sind hier irgendwelche Leute? Leutchen. Dann geht es hier rein. Den habe ich erledigt. Und die haben ich erledigt. Jetzt weiß ich, wo ich viele Typen erledigen kann. Das weiß ich schon. Naja, drei Kills. Ich würde gerne noch ein paar mehr haben. Ach, ich bin hier nicht jemals gespawnt. Alter, wie viel ist denn das denn da? Muss man irgendwie rumgehen. Das geht es aber nicht. Ich stehe ne... Alter. Das geht ja mal gar nicht. Die werden aber langsam alle abgemotzt. Da stand einer. Den haben welche für mich abgemotzt. Das ist ein Kill für mich. So, hier geht es hoch. Den habe ich leider nicht lange genug abgeschossen, aber naja. Fünf Kills in dreieinhalb Minuten. Ist doch echt nice. Äh, ja. Schön. Wenn wir spawnen, dann war es sehr weit bei den Gegnern. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich gut. Wo bin ich jetzt? Ich spawnen. Ja, das baum wieder weg und ich werde abgeschossen. Genau, der Typ hier hinter mir hat sich versteckt. Das war ne Handkanal. Und ein Gegner. Das war nicht mein Kill, aber naja. Nicht so schlimm. Oh, da kommt welcher. Scheiße. Was soll das denn jetzt? Okay. Ne? Ach, jetzt. Bin ich mal wieder hier. Ach ne, ich bin hier oben gespawnt. Kann ich das hier überhaupt? Ich wurde jetzt wieder schön getroffen. Ja, das war jetzt ein bisschen komisch. Obwohl ich mich runtergeduckt hatte, wurde ich trotzdem getroffen. Das finde ich jetzt mysteriös. Ja, das ist jetzt ein Headshot. Da oben ist er vielleicht tot. Da werfe ich meine Granaten raus. Der wird jetzt abgemorxt. Von mir. Offenlärmlich. Ne, doch nicht. Da schießt jemand, das sehe ich. Der ist tot. Schon 7 Kills. Boah. Was hab ich denn? Mach ich ja das grüne Intel. So, das grüne Intel und ein paar Kills. Na komm, komm doch mal her. Und ich bin tot. Naja. Ich dachte, der kommt mal her. Aber ich hab 9 Kills. 9 Kills. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich war früher immer schlechter. Aber naja. So. Vielleicht komm ich nochmal zum grünen Intel. Das Intel ist schon mal aus dem Haus rausgeholt. Das ist schon mal besser. Das Intel war da hinten irgendwo. Da hinten war das Intel. Der ist tot. Und ich bin auch tot. Das passt doch. Weil da so viele Grüne gesponsert sind. Das grüne Intel kann man gar nicht holen. Ich bin auf den dritten Platz. Und ich war auf dem dritten Platz zumindestens. Hey, jetzt steht hier wieder einer irgendwo. Da steht einer. Genau. Ja, jetzt hab ich den gar nicht getroffen. Er hatte wahrscheinlich so viel Leben. Genau. Spawn, die sind hier wieder ein. Das steht eben. Ist gar nicht gut. Hier ist ein kleiner Cheat. Ich will gar nicht so lange laufen. Das geht rach. Ich schieße. So, das war ein Kill. Und ja, da steht das Blau Intel wieder. Jetzt haben die Gegner aber auch gute Chancen, das zu holen. Aber naja. Wir haben eigentlich auch relativ gute Chancen, wenn wir da mal in ein Team hingehen würden. Weil die meisten gehen immer solo, so wie ich. So, ein bisschen weiter gehen. Und jetzt mal schon wieder bei den Grünen. Das klingt aber schnell. Sind hier irgendwo welche Grün? Nee. Aber dann auf der anderen Seite bestimmt. Da oben. Kann man mit dem... Nee, ich geh mal hier oben drüber lang. Weil die anderen beiden gehen schon da unten lang und ich geh da oben lang. Das passt dann vielleicht. So. Ich glaube, da steht ein Grüner. Nee, doch nicht. Habe ich falsch gedacht. Naja. Ich verstehe mich jetzt hier in einem Baum und ich dachte, der Typ ist da. Nein, ganz knapp. Ganz knapp. Aber ich habe den bestimmt fast getroffen. Und da hat auch eine Würfel und ich hatte noch ein Maschinengewehr. Ja, nur was gut, aber... Naja. Ähm... Hm... Jo... Da hinten ist ein Grün. Denk ich mal. Der ist ja immer ein Grün aus. Aber naja. Irgendwo höre ich die Brille. Ich weiß noch nicht, von wo, aber... Naja. Schnell durchgehen. Weil mich auch ja keiner abschießt. Okay. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen fortbewegt. Fortbewegt. Sind hier irgendwo welche? Weil ich nicht eben eine Granate habe. Achso. Ein eigener Typ wirft ihr. Was bringt mir das da wirklich schön? Seht ihr immer grün? Ne. Da muss ein blauer. Und jetzt gehe ich mal lang. Hier ist ein guter Tunnel. Wir werden hier gebaut. Hier sind ganz viele grüne Typen. Das habe ich eben gesehen. Da oben ist ein grün. Das weiß ich jetzt schon. Zwei Kill von mir. Es gibt gleich mal einen Kill mehr. Und da drüben stehen bestimmt viele. Deswegen reload ich jetzt mal. Ne. Das Intel ist schon wieder ganz woanders. Nicht mehr hier. Tod. Hier. Ich dachte, das Intel wäre zwar noch hier. Aber jetzt ist es nicht mehr. Und ja. Ich würde sagen, das war es auch schon von dieser Runde. Ich habe 13 Kills. 14 Kills. Und ja. Würde ich sagen. Bis zur nächsten Runde. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.